Ja, meine Damen und Herren, Sie werden wahrscheinlich sogar ein wenig vergnügt sein, weil das Ganze recht locker und auch spannend ablaufen wird. So hoffe ich jedenfalls. Im Normalfall ist es mir immer gelungen, dass man auch dieses ernste Thema mit ein bisschen Heiterkeit verbinden kann. Das Erste, was ich sagen möchte, Querdenker bin ich eigentlich nicht. Ich bin gerade Denker, weil die Masse querdenkt. Das ist das Problem. Denn letztendlich ist die Situation ganz einfach und wer eins und eins zusammenzählen kann und ein bisschen Beobachtungsgabe für sich beansprucht, der durchblickt die Situation relativ zügig. Die Rentenversicherung, wir nennen es übrigens immer staatliche Rente. Mir ist es nicht bewusst, dass der Staat in irgendeiner Form die staatliche Rente füttert. Das machen meines Wissens die Arbeitnehmer und die Unternehmer. Das ist keine Staatsrente, das ist eine gesetzlich geregelte Privatrente. Das ist der Begriff. Da fangen wir schon mal an ein wenig mit aufzuräumen. Ich möchte einfach ein bisschen klarer die Dinge strukturieren. Und wenn wir sagen aus heutiger Sicht, dass wir mit Steuergeldern die gesetzliche Rentenversicherung, sprich die staatliche Versicherung subventionieren, ist das auch falsch. Der Staat hat in den 50er, 60er Jahren widerrechtlich die gesetzliche Rentenversicherung geplündert und muss jetzt lediglich eben halt etwas zurückzahlen. Und das ist relativ wenig. Die Wirtschaft und die politische Lage ist auf gar keinen Fall kompliziert. Sie ist lediglich komplex. Kompliziert wird sie lediglich gemacht, damit die Leute das Gefühl haben, es ist so kompliziert, da braucht man sich nicht mit beschäftigen. Das ist was für Experten. Und mit dieser Nummer kann man die Leute natürlich über Jahre und über Jahrzehnte dumm verkaufen, bis hin in die totale Armut. Damals, 1948, war die Währungsreform. Deutschland lag am Boden. Es stand kein Stein auf dem anderen, zumindest nicht viel. Hannover war stärkt betroffen. Und die Leute hatten weder Möbel noch sonst was. Eine dramatische Situation. In einer solchen Phase ist es leicht, ein Wirtschaftswachstum zu generieren. Weil von Null ist natürlich eine Wachstumsrate immer relativ einfach zu handeln. Das bedeutet, ein Wirtschaftswachstum entwickelt sich am Anfang sehr steil, aber dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Es kommt eine Sättigung des Marktes. Die Leute haben heute ein Haus. Die haben Möbel. Erben, vererben, anerben. Das ist eine dramatische Situation. Die Leute haben mittlerweile fünf Mikrowellen, zwei Handys und vier was weiß ich was. Kaffeemaschinen. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass wir letztendlich nichts haben, sondern wir haben das Problem, dass wir zu viel haben. Und jetzt entsteht natürlich genau das, was uns Sorge macht. Die Wirtschaft bricht ab. Und wir sprechen von Wirtschaftswachstum. Dieser Begriff des Wirtschaftswachstums geißelt uns völlig. Und der resultiert aus einem Geldsystem heraus. Wir haben ein verzinstes Geldsystem. Und ich möchte Sie heute Abend sensibilisieren für das Thema Geld. 1948 hat jeder dann eben halt ein paar Mark bekommen, damals ein paar D-Mark bekommen. Und das fing dann letztendlich so an. Und dieses Geld fängt an sich zu verzinsen durch Erben und so weiter. Und steigt dann exponentiell irgendwann nach oben. Wenn ganz viele Leute Geld bekommen aus Guthaben, dann müssen ganz viele Leute arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden. Das ist logisch. Denn es muss ja immer in dem Moment erarbeitet werden, wo es fließt. Denn wir kriegen nur bunte Zettel und irgendwann gibt uns jemand was dafür. Ich habe es ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, warum. Weil es ist echt nur ein bunter Zettel. Wir brauchen, um die Zinsen zu zahlen, ein exponentielles Wirtschaftswachstum, dass dieser Abstand letztendlich bleibt. Aber eins ist wichtig. Ein unendliches Wachstum in einem endlichen Raum ist nicht möglich. Das ist das Grundproblem, vor dem wir stehen. Und irgendwann laufen diese beiden Kurven ineinander. Und dieses Geld wird auf wundersame Weise einfach vermehrt. Und wie das funktioniert, das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz aufmalen, bevor ich hier mal ein bisschen was dazu an Folien hier an die Wand schmeiße. Ich möchte Ihnen einfach ein Beispiel. Wir haben hier den Carsten mit K, ne? Den Carsten. Ich mache das einfach mal so. Der Carsten hat 10.000 Euro. Ich weiß nicht, wo er die her hat. Die hat er einfach jetzt mal. Die 10.000 Euro legt er jetzt auf seiner Bank an. Man ist ja ordentlich erzogen worden hier in Deutschland. Da geht man zur Sparkasse und kriegt dann 10.000 Euro. Legt man an, wie auch immer. Und kriegt dafür einen Kontoauszug. Was macht die Bank jetzt eigentlich die Sparkasse mit diesen 10.000 Euro? Sie verleiht sie weiter. Sie dürfen 90% des Anlagekapitals verleihen. So, jetzt kommt Frank Eckert. Frank Eckert leiht sich jetzt also quasi 9.000 Euro und zahlt dafür Zinsen 7,25%. Das ist übrigens der derzeitige Durchschnittszinssatz in der Bundesrepublik Deutschland für sämtliche Kredite im Mittelmix. So, das ist jetzt Frank Eckert. Der Frank kauft sich dafür irgendeinen Artikel, was auch immer, kriegt dafür was geliefert von Herrn Mayer. Das ist die Firma Mayer. Und die Firma Mayer nimmt jetzt diese 9.000 Euro und zahlt sie bei der Volksbank jetzt ein. Jetzt sind da 9.000 Euro von ihm eingezahlt, die ja hier aus diesen 9.000 gekommen sind, aus den 10.000. Und kriegt dafür wieder einen Kontoauszug. Die Bank darf von den 9.000 natürlich wieder 90% verleihen und gibt jetzt 8.100 an Andreas. Das bin ich. Andreas nimmt jetzt diese 8.000, kauft sich wieder was, sie merken, wie es weitergeht. Der Käufer legt dann die 8.100 dann da wieder auf seine Bank. Das ist die Deutsche Bank beispielsweise. Und die geben darauf wieder 7.250 wieder weiter und so weiter und so weiter. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, dass wenn alle kommen und wollen ihr Geld haben, weil das gibt es nämlich nicht. Deshalb brauchen wir Papiergeld. Papiergeld und Buchgeld, das sogenannte Giralgeld, ist letztendlich etwas ganz anderes als die Geldumlaufmenge. Ist das verständlich, was ich hier sage? Das ist jetzt schlicht runtergebrochen, aber es ist genau das System, wie es funktioniert. Wir lernen in der Volkswirtschaft, und ich sehe das an den Universitäten, wir lernen, dass Geld eine Art Tauschmittel ist statt Ware. Wir tauschen nicht mit Ware, sondern wir tauschen mit Geld. Ich kann aber nur dann etwas tauschen, wenn es einen Wert hat und wenn es mir gehört. Das ganze Problem liegt einzig und allein in einem verzinsten Geldsystem. Weil es sind immer wieder andere, es sind vielleicht dieselben Zettel, aber wenn die Rechtsgrundlagen sich verändern, es gibt keinen Goldstandard mehr seit 1971, gibt es den nicht mehr. Es ist keine Sicherung mehr da. Null. Also meine Damen und Herren, wenn eine USA beispielsweise irgendwo ein Problem bekommt, dann hängen wir alle dran. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, wenn der Dollar zusammenbricht, dass dann der Euro bleibt. Denn der Euro ist Dollar. Der japanische Yen ist Dollar. Denn unsere gesamten Währungsreserven sind komplett auf Dollarbasis. Komplett. Wir haben kein Gold mehr, wir haben heute Dollar. Man hat uns damals verkauft, dass Dollar im Prinzip so wertvoll wäre wie Gold. Bloß es wird momentan gedruckt. Wir haben ein Geldsystem, was komplett wertlos ist. Es hat keinen Wert, keinen inneren Wert. Ein Haus hat Wert, ein Baum hat Wert, ein Grundstück hat Wert, Gold, Silber, Platin hat Wert. Wert hat auch eine Hose. Ein Glas Wasser in der Wüste hat unglaublich viel Wert, mehr als jedes Kilo Gold. Zinsen sind ein Schadensersatz für Inflation. Wir sollten das nicht vergessen. Was sind das in Gottes Namen? Was sind eigentlich diese Derivate? Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Derivate haben eine durchaus ernsthafte Berechtigung gehabt in ihrer Zeit. Das sind Wetten. Wetten auf Entwicklung. Man wettet zum Beispiel zwei Währungen gegeneinander. Der eine sagt, ich wette, der Euro wird steigen. Der andere sagt, ich halte dagegen. Und dann wird ein Einsatz gemacht und derjenige, der gewinnt, kriegt die Kohle. So einfach ist die Welt. Das ist im Rahmen des Casino-Kapitalismus ein ganz normaler Vorgang. Man macht das, um normalerweise in anderen Währungen, beispielsweise angelegte Systeme, zu sichern. Durch diese Derivate. Vom Jahr 2000 an bis heute haben die US-Amerikaner in der Summe mehr Schulden gemacht, als die Summe aller Schulden seit ihrer Gründung. Also seit 1776. Aber das größte Kapital, was wir haben, ist Bildung. Und wir müssen einfach erkennen, dass wir dringend etwas verändern müssen. Und wir müssen uns, wohl oder übel, wenn wir dieses System aufrechterhalten, auch mit Litauen, Estland und Polen auseinandersetzen. Weil ein arbeitender Pole weniger verdient, als bei uns ein Sozialhilfeempfänger in der gleichen Situation. Das ist Fakt. Die dilettantische Politik, darauf können wir schwer bauen. Es gab damals, viele wissen das noch von 1989, ein Ministerium für innerdeutsche Beziehungen. Da gab es eben halt mehrere hundert Beamte, die dort gesessen haben und 40 Jahre nichts anderes zu tun hatten, als darauf hinzuweisen, Deutschland muss wieder vereinigt werden und wir wollen das und daran arbeiten wir. Und die haben 40 Jahre Zeit gehabt, Pläne auszuarbeiten. Als 1989 die Mauer fiel, gab es aber nicht einen Plan. Was haben die eigentlich gemacht, die 40 Jahre? Wenn wir sprechen von Geldstabilität, wenn wir eine Inflationsrate haben von 2%, was heißt das? Wenn also das Geld jedes Jahr um 2% sich entwertet, dann ist das eben halt, dann nennt man das stabil. Was ist denn das für eine Stabilität? Stellen Sie sich mal vor, wir hatten 1955 gesagt, ein Meter ist ein Meter, aber jedes Jahr zwei Zentimeter drauf, das können wir immer noch als Meter gelten lassen. Da gibt es eben eine natürliche Inflation, also das ist mittlerweile, sind das eben nach dem alten Muster eben 45,80 Meter. Da müssen Sie wissen, wenn einer sagt, der Schrank ist ein Meter hoch, müssen Sie erst mal fragen, aus welchem Jahr ist der denn? Das ist genau dieser Schwachsinn, den wir haben. Wir sprechen von Geldwertstabilität, wenn wir eine Inflationsrate von 2% argumentieren. Denn wir machen unglaublich viel kaputt für etwas, was wir nicht brauchen. Es geht doch nur noch um Konsum von irgendeinem Blödsinn, man versucht irgendwas zu erfinden, um irgendwas verkaufen zu können, damit wir ein exponentielles Wirtschaftswachstum haben, was wir eigentlich gar nicht mehr bräuchten, wenn wir nicht dieses perverse System der Zinssysteme hätten. Die Alten werden um die Früchte ihrer Lebensarbeit gebracht und die Jungen haben keine Perspektive. Und jetzt muss man sich überlegen, wo kommt dieses Problem her? Und interessanterweise versucht man, diese beiden Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wir fangen immer mehr Jungen gegen die Alten an vorzugehen, die Alten gehen immer mehr gegen die Jungen vor. Das kann es nicht sein, die sind beide in derselben Situation. Das Problem ist Arm gegen Reich. Ich bin ganz klar für die Vereinigung der europäischen Staaten. Denn was wir politisch, ist ganz wichtig, was wir politisch natürlich nicht vergessen dürfen, wir haben jetzt schon seit ganz vielen Jahren eine kriegsfreie Zone. Das ist äußerst ungewöhnlich. Und da kann die bundesdeutsche Politik eine absolute Erfolgsstory vorweisen. Also das muss man ganz deutlich an der Kante mal politisch sagen. Wenn Sie sich mal eine Kapitalpyramide angucken, so wie es der Banker Ihnen gerne vorgibt, dann steht da eben halt drin, unten ganz sicher festverzinsliche Wertpapiere, Garantien, Zinsen, 100%, Total Return. Was ist das in Gottes Namen? Sie kriegen letztendlich nur eine nominale Summe. Und das ist ein Haufen von Zetteln und den können die selbst drucken. Was ist denn das für eine Sicherheit? Was sagen denn Zinsen eigentlich aus? Nischt. Absolut nischt. Es gibt keine Sicherheit. Überhaupt keine. Es gibt nur werthaltig und es gibt nicht werthaltig. Und die Leute haben verwechselt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Preis und Wert. Der Wert bleibt gleich. Ein Kilo Gold bleibt immer ein Kilo Gold. Wenn die Leute jetzt sagen, oh Pop, die haben das ja gesagt, der Goldpreis wird sich erhöhen, jetzt ist der Goldpreis um 20% gestiegen. Ich sage, ja und? Ich sage, glauben Sie, jetzt haben Sie statt 1 Kilo 1,2 Kilo? Das ist immer noch ein Kilo. Wir müssen weg von diesem konditionierten Geld denken. Wir müssen weg von diesen bunten Zetteln. Das ist überhaupt keine Konstante, mit der wir rechnen können. Wir glauben, dass eine Ziffer mit 100 oder 1000 uns irgendetwas sagt über Wertigkeit. Das ist das, was wir einfach brauchen für die mathematische Kalkulation, die wir Ihnen feststellen. Meine Damen, ich werde viele von Ihnen freuen. Mit Mathematik kommen Sie im ganzen System überhaupt nicht weiter. Sie sehen hier, plötzlich oben drüber kommen dann Rohstoffe, Beteiligungen und Aktien. Aber ganz oben in dem Bereich totales Risiko, da sehen wir Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere. Dazu gehören Lebensversicherung, Bausparverträge und die anderen Vernichtungsinstrumente. Bis hin zum Geld, bis hin zu den Derivaten, die Wettscheine auf Geld. Jeder glaubt, ich stelle die Pyramide auf den Kopf. Meine Damen und Herren, nein, sie steht auf dem Kopf. Ich drehe sie nur gerade. Das Risiko einer Kapitalanlage, wie auch alle anderen Risiken, liegen immer in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Mich interessiert nicht, was ich in den letzten 10 Jahren gehabt hätte, wenn ich würde. Mich interessiert, was ich in 10 Jahren habe, wenn ich heute tue. Sie sehen, langfristig bewegt es sich zwischen zwei Kanallinien, obere und untere Kanallinie. Und Sie sehen, dazwischen bewegt sich im Prinzip der Dow Jones über 200 Jahre. Langfristig, meine Damen und Herren, machen die Aktien einen Gewinn von ca. 7% pro Jahr. Jetzt achten Sie mal drauf. 7% ist auch ungefähr das Zinsniveau eines Geldsystems. Mit anderen Worten, Sie haben tatsächlich eine Chance, bei einem durchschnittlich gut laufenden Aktienmarkt kein Geld zu verlieren. Von Gewinn kann überhaupt keine Rede sein. Wir sind völlig überbewertet mit den Aktien. Und wenn viele glauben, jetzt die Aktien werden steigen, dann mag das funktionieren. Aber nur durch ein Fantasiegebilde, durch Wettspiele, durch Psychologie, mit Sicherheit nicht aus fundamentalen Gründen. Mit Sicherheit nicht. Das ist nämlich nicht möglich. Denn wir haben heute kaum noch Wirtschaft. Heute werden nur noch die Zettel vermehrt, die wir liebevoll Geld nennen. Richtig Wirtschaft fällt doch gar nicht mehr an. Weil es ist alles da. Der junge Arnie zieht aufs Land. Und das erste, was Arnie macht, er geht zu einem Bauern und sagt, ich möchte gerne einen Esel kaufen. Er kauft einen Esel, alles klar, wunderbar, gibt ihm 100 Euro. Den Bauern, der Bauer sagt, ich bringe dir morgen den Esel zu dir nach Hause. Am nächsten Tag fährt der Bauer bei Arnie vor, hängt er hinten am Wagen dran und sagt, du tut mir leid Arnie, aber ich habe ein echtes Problem, der Esel ist gestern Abend gestorben. Er sagt, Arnie, dann gib mir die 50 Euro zurück. Da sagt der Bauer, es tut mir leid, aber die habe ich gestern Abend in der Kneipe wirklich versoffen, die sind einfach weg. Na gut, sagt Arnie, dann lad den toten Esel ab. Da sagt der Bauer, was willst du denn mit dem toten Esel? Oh, sagt er, den werde ich verlosen. Da sagt der Bauer, du kannst doch einen toten Esel nicht verlosen. Na klar, sagt er, ich brauche doch niemandem erzählen, dass er tot ist. Aha, na gut, alles klar. Drei Wochen später, der Bauer trifft Arnie wieder und sagt, Arnie, wie sieht es aus, alles klar, wie hat das mit dem Esel da geklappt? Oh, sagt Arnie, super, ich habe 898 Euro Gewinn gemacht, deine 100 Euro sind schon abgezogen. Da sagt der Bauer, wie hast du denn das gemacht? Ja, sagt er, ganz einfach, ich habe Lose verkauft. Ich habe 500 Lose verkauft, Stück 2 Euro, erster Preis war ein Esel. Ja, sagt er, hat sich denn keiner beschwert? Doch, sagt er, der, der den Esel gewonnen hat, aber dem habe ich seine 2 Euro zurückgegeben. Sie sehen ja, 1943 war der Dow Jones, der amerikanische Markt, ganz unten. Und Sie sehen, wie 1943 anstieg der Markt nach oben, bis Anfang der 60er Jahre, bis auf die Tausender Marke. Wir sind bitte nur im Schwarzen, alles andere ist uninteressant. Bis zur Tausender Marke, das nennt man Einatmen. Und was kommt jetzt? Ausatmen. Klar. Über 20 Jahre ist der Dow Jones nie über die Tausender Marke rausgegangen. Die Wirtschaft konnte sich erholen. Durch diese rezessive Situation, durch dieses Ausatmen, konnte die Wirtschaft dieser vorweggenommenen Überbewertung entgegenkompensieren. Eine ganz einfache, logische Geschichte. 1982 waren die Aktien wieder unten. Hier waren sie ganz oben, hier waren sie ganz unten, weil die Inflation hat es gefressen. Dann kam wieder Einatmen. Jetzt sind wir hier. Und jetzt sagt einer, und jetzt geht es nach oben. Ich weiß nicht. Meine Damen und Herren, wir sind in derselben Situation, wie wir 1963 waren. Die Aktien sind wieder oben, abgesehen von dem totalen System des Geldsystems, was das Problem macht. Das Problem ist ganz einfach, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass jetzt wieder ausgeatmet wird. Wobei, wir haben Ende der 90er Jahre tatsächlich Herrn Grünspan erlebt, der gesagt hat, wir haben ein Ausatmen, sprich eine Rezession verhindert. Und haben da quasi nochmal einen Boom raufgesattelt. Den schlimmsten Begriff, den wir in der Wirtschaft haben, ist der Boom. Denn es gibt immer einen Aufschwung, einen Boom, einen Abschwung und eine Talsohle. Ein Aufschwung, ein Boom. Und die meisten Leute sagen immer, da musst du einsteigen, das boomt. Meine Damen und Herren, Boom ist immer der absolute Höchstpunkt, zu dem man kaufen kann, wo der Umkehrpunkt im Prinzip zum nächsten Abschwung kommt. Meine Damen und Herren, 1963 liefen die Gold, die sehen sich das mal an hier, während dieser ganze Verlauf bis 1963, als die Aktien stiegen, dümpelten die Edelmetallpreise dahin. Als dann beispielsweise das Ganze sich ausatmete, wieder korrigierte, so wie es jetzt wieder vor uns liegt, schossen die Edelmetallpreise ab, so wie sie es jetzt gerade schon angefangen haben. Es fängt ja gerade an, viele sagen schon, Edelmetalle sind hochbewertet, also ein Blödsinn. Die fangen gerade an, sich überhaupt zu bewegen. Jetzt, damals waren die natürlich in einer völligen Überbewertung, auch das ist mir völlig klar. Aber das ist normal, eine solche wechselläufige Beziehung. Was entscheidend war, hier war damals die Statistik zu Ende. Was glauben Sie, haben die Banker beispielsweise ihren Kunden angeboten? Gold. Die haben nämlich gesagt, guck mal, die letzten zehn Jahre, wenn du da angelegt hättest, dann würdest du heute. Und dann haben sie gesagt, willst du eine Loser- oder eine Winneranlage? Dann hat er sich für die Winneranlage entschieden, weil Gold boomt ja. Der Unzenpreis des Goldes lag damals ca. bei 850 Dollar. 850. Zurzeit liegen wir bei 430 Dollar. Das ist aber schon 20 Jahre her, über 20 Jahre. Das Entscheidende ist, damals kostete zum Beispiel ein 7er BMW, ein 728i in der Grundausstattung, ich weiß das sehr genau, kostete 42.100 Mark. Also etwas über 20.000 Euro. Ein 7er BMW, neu, nicht gebraucht. So, das kostet heute ein Navi. Man will erst eine Vergangenheit haben, bevor man sich für die Zukunft entscheidet. Und da liegt der Fehler. Das Problem ist, Gold, Silber, Platin, aufgrund der Tatsache, dass die Aktien massiv gestiegen sind, ist Gold, Silber, Platin natürlich wieder runter. Jetzt sind sie wieder völlig in einer Unterbewertung, nach wie vor. Gold, Silber, Platin sind massiv in einer Unterbewertung. So, Aktien sind zur Zeit völlig oben. 125.000 Tonnen, das ist also alles, was bereits an Gold auf dieser Erde existiert. 125.000 Tonnen. Inklusive dem, was ich hier in meinen Zähnen habe, deshalb schlafe ich nachts mit dem Kopf im Tresor, auf jeden Fall ist es so, alles Gold, ob das die Maske von Tutankhamun ist oder das Gold, was angeblich in der Federal Reserve liegt, wie auch immer das ist, das liegt dort letztendlich, das entspricht ungefähr im Verhältnis diesem gelben Würfel dort unten, einem Würfel mit einer Kantenlänge von 19 Metern. Das ist alles Gold dieser Erde, was zur Zeit existiert. Und es ist bald alles rausgeholt, es sind noch ungefähr 50.000 Tonnen unter der Erde. Und dann ist Schluss, dann wird es keine Goldmine mehr geben. Ich könnte Ihnen jetzt einen Film zeigen über die Situation. Ich könnte Ihnen die geophysischen Gutachten auch zeigen, wie man das ermittelt, wie viel es noch gibt. Weil viele immer sagen, wie kann man denn wissen, was es noch gibt, wenn es noch gar nicht gefunden ist. Das kann man sehr wohl. Bei Gold, ich bin ja vorhin gefragt worden schon, ein mineralischer Rohstoff ist, jeder von uns hat Gold, in ihrer Blutbahn befindet sich Gold. Es ist nur so wenig, dass es sich nicht lohnt abzubauen. Und es ist auf jeden Fall so, es ist da. Und es lohnt sich nur dann abzubauen, wenn es aus der diffusen Situation durch eine natürliche Affinität, und das ist passiert vor 4,8 Milliarden Jahren, da sind Meteoriten auf die Erde eingeschlagen, das ist wie ein Stein, den Sie in eine Matschwüste schmeißen, und dann gibt es eine Kraft, die nach außen drängt, wie der Stein im Teich. Und dadurch entsteht ein natürlicher, ein Hank der einzelnen Metalle zusammenzukommen, ob das Kupfer ist, ob das Eisen ist, ob das Gold, Silber, Platin, Palladium, Iridium und Rhodium, und was es da alles gibt drin ist, alles da, und dadurch entstehen Adern. Und die muss man heute finden. Und dann kann man rangehen. Es gibt natürlich noch mehr Gold, aber das befindet sich dann eben halt unterhalb des Meeresboden. Wir reden natürlich letztendlich vom abbaubaren Bereich. Und daran können wir sehen, es ist eine endliche Größe, und dadurch ist zumindest eine Preissteigerung, vor allem aber eine Sicherung des Vermögens. Ganz deutlich. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand ein Kilo Gold weggeschmissen hat. Nur weil ein Politiker gesagt hat, hat keinen Wert mehr, kann es wegschmeißen. Ausnahmslos jedes Geld, was in Papierform existierte, ist weggeschmissen worden. Ausnahmslos. Und alles in Gold, Silber, Platin zu legen, gebe ich Ihnen sofort recht nie. Klar, logisch. Obwohl, Volker Hellmeier, Chefanalyst der Bremer Landesbank, wir reden ja, nein, ich sage lieber nicht, wie wir die Preise kalkulieren, aber es ist der Wahnsinn, was da auf uns zukommen wird. Aber der hat zum Beispiel für sich, aber das kann er nur für sich entscheiden, das darf ich sagen, 85% seines Vermögens tatsächlich in Edelmetalle liegen. Aber das ist schon sehr ungewöhnlich. Das würde ich nicht machen in dieser Form. Die Wechselwirkung, das heißt, wie das jüdische Prinzip. Das ist für mich eigentlich das spannendste Prinzip. Wie haben es die Juden geschafft, immer von einer Generation in die andere ihr Geld zu transportieren, ihr Kapital zu transportieren? Sie haben eine Drittelung gehabt. Ein Drittel Immobilien, ein Drittel Aktien, sprich Unternehmensbeteiligung, aber ausgesuchte, und ein Drittel Edelmetalle. Punkt. Das war's. Um Ihnen mal deutlich zu machen, wovor wir eigentlich Angst haben. Wir haben Angst, etwas zu verlieren. Wir haben Angst, durch den Crash in irgendeiner Form in die Armut zu fallen. Das ist nicht ganz ungerechtfertigt, wobei wir alle nicht wissen, was Armut ist. Ich hoffe, dass wir es alle nicht erfahren müssen. Ich habe mal Folgendes gemacht. Die Globalisierung, mal einfach dargestellt. Wir haben 6,35 Milliarden Menschen. Das ist übrigens eine sehr spannende Geschichte. Im letzten Jahrhundert hat sich unglaublich viel getan. Wir haben heute über Informationstechnologien, über Internet, Möglichkeiten, die keiner mehr verarbeiten kann. Aus diesem ganzen Chaos entsteht etwas Neues. Und ich spüre immer wieder in den Gruppen von Menschen, es entwickelt sich eine Avantgarde, die den Namen verdient. Eine neue Bewusstseinsebene, die sich langsam herausholt. Und die sagen, so geht es nicht weiter. Wir haben eine unglaublich wichtige Aufgabe. Man braucht den Kopf nicht in den Sand stecken. Aber ich möchte es Ihnen mal deutlich machen, wie unsere Welt eigentlich aussieht. 6,35 Milliarden Menschen sind so unglaublich viel, dass man sie sich nicht vorstellen kann. Und ich habe die Globalisierung einfach mal runtergefahren. Stellen Sie sich mal vor, wenn unsere Welt ein globales Dorf wäre mit 1.000 Einwohnern. 1.000 Einwohner auf der ganzen Welt. Das wäre das Dorf, in dem Sie jetzt leben. Das ist eine Größenordnung, die wir uns noch vorstellen können. Dann würden dort in diesem Dorf leben 570 Asiaten und Australier und 200 Europäer. In diesem Dorf lebten 80 Afrikaner und 150 Amerikaner. Es lebten dort 520 Frauen und 480 Männer. 300 Einwohner sind weiße, 300 sind Christen und 175 Islam, 128 Hindus und 55 Buddhisten. Das ist unser globales Dorf von 1.000 Einwohnern und Sie sind eine der Personen davon. So weit, so gut. Aber, und jetzt wird es spannend, 60 Einwohner von den 1.000 verfügen über 60% des gesamten Vermögens. 500 Einwohner in dem Dorf hungern. Und Sie haben es direkt in der Nachbarschaft. 600 Einwohner leben in Slums. 700 Einwohner können weder lesen noch schreiben. 10 Einwohner haben einen Computer in diesem Dorf. 10 Einwohner haben einen Hochschulabschluss. Und 80 Einwohner haben gerade Geld oder ein Konto, wobei wir ab einem Dollar als Geldhaben bezeichnet haben. Das ist das Dorf, in dem wir leben. Und das ist das Dorf, in dem wir leben.